Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht habe ich jetzt da gleich mich als Käpt'n ausgerüstet. Natürlich so wie es dem Speedy auch so gehört, er ist Käpt'n von der Crew, aber wir haben noch keine Crew. Das machen wir heute, wir müssen da eine Crew anheuern. Wie man das macht, man geht vorne in die Stadt und da steht so ein Typ oben ohne und will Leute verschäppern. Was ihr dafür braucht sind Goldmünzen, also ein Crewmitglied kostet 5 Gold. Wie man sieht, kaufe ich da gleich 5 oder 6 Crewmitglieder und er zaubert sie einfach da hinten aus der Kiste raus. Was ihr jetzt mit denen machen könnt, ihr könnt sie mit aufs Schiff nehmen und könnt sie komplett ausrüsten. Das heisst eine Rüstung, ein Schwert, eine Pistole, wirklich alles. Und die helfen euch, wenn andere Spieler kommen bei einem PvP Server, die helfen euch die anderen abzuschießen. Aber was sie auch machen und für das habe ich sie angeheuert, sie putzen das Deck. Also bei mir sind sie nur auf dem Boot, weil jemand muss das Boot ein bisschen putzen und ein bisschen sauber halten. Für das sind die zwei da. Und ja, wie man noch mehr Crewmitglieder haben kann, ist, es gibt ja diese Geisterschiffe draussen auf dem Meer, die sind sehr gefährlich und auch stark. Ich mache da einfach, ich will da jetzt nicht rausfahren und alleine da die Boote abschießen, sowieso nicht das Alpha Boote. Was man machen kann ist, man kann den Kommand eingeben, Kill und dann töte man das ganze Schiff. Natürlich wollen wir gleich übertreiben und das gute Schiff holen und das wäre das hier. Das ist das Alpha Schiff und das gibt auch bessere Mannschaft, also das gibt eine bessere Mannschaft ab. Wie man sieht, fallen jetzt da drei Leute ins Meer und eine Kiste. In der Kiste ist übertrieben geiler Loot drin, das heisst Goldmünzen, Blueprintsachen und alles. Und mit der Crew, die könnt ihr auch tamen. Da müsst ihr wie die Hasen oder was auch immer, müsst ihr die Goldmünzen unten rechts in den Slot machen. Und dann könnt ihr einfach hingehen und E drücken und dann könnt ihr sie tamen. Dann gehört die ganze Mannschaft euch. Aber aufgepasst, die Goldmünzen, die in der Kiste drin sind, sind meistens dafür, dass ihr die Crew tamen könnt. Und ja Leute, wenn euch das kleine Update Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo würde mich freuen. Und wenn ihr mehr Atlas sehen wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye.